Ja, schönen guten Tag, meine Damen und Herren. Ich würde gerne eingangs zu drei Themen etwas sagen. Zunächst zur Ukraine. Die Situation ist nach wie vor besorgniserregend und alles andere als darauf gerichtet, wieder etwas Entspannung hineinzubringen. Ich habe die Botschaft des ukrainischen Präsidenten zur Kenntnis genommen, ein Referendum in der Ostukraine für möglich zu halten. Ich werte dies als Versuch, deeskalierend zu wirken in der momentanen Situation und will diesen Vorstoß deswegen auch ausdrücklich würdigen. Insgesamt gibt es eine ganze Reihe an diplomatischen Bemühungen dieser Tage seitens der Vereinten Nationen, der OSZE. Aber auch seitens der EU. Auch das will ich nicht geringschätzen. Das ist das, was im Moment notwendig und geboten ist. Ich hoffe natürlich darauf, dass alle beteiligten Seiten diese Chancen, die sich in diesen Gesprächen bieten, auch nutzen. Was wir nicht brauchen, ist Einmischung von außen, die eskalierend wirkt und damit auch die Kriegsgefahr weiter schürt. Alle Beteiligten sind zur Mäßigung aufgerufen und ein Blutvergießen im Osten der Ukraine muss unbedingt verhindert werden. Zweite Bemerkung, die ich machen will zum SIPRI-Bericht zu den jährlichen Rüstungsausgaben. Die weltweiten Rüstungsausgaben sind 2013 gesunken. Das ist allerdings nur auf den ersten Blick eine gute Nachricht. Sie sind gesunken, weil es seitens der Vereinigten Staaten einen erheblichen Rückgang gegeben hat, seit dem Ausbruch der Haushaltskrise dort und dem Rückzug aus Afghanistan. Wenn wir auf Deutschland schauen, sieht das Bild schon wieder deutlich anders aus. Die Rüstungsausgaben in der Bundesrepublik sind in den letzten Jahren gestiegen. Mittlerweile macht der Verteidigungshaushalt 11 Prozent aus. Etwas, was die Linke seit langer Zeit kritisiert. Die Entwicklung geht Jahr für Jahr nach oben. Das ist die falsche Richtung. Deutschland muss, so wie andere Länder auch, seine Rüstungsausgaben zurückfahren, anstatt ständig zu erhöhen. Wir wissen überdies, dass im Verteidigungsministerium ja nun nicht zum ersten Mal auch Rüstungsausgaben, Rüstungsprojekte aus dem Ruder laufen und die Kosten zunehmend explodieren. Wir müssen Abstand nehmen von diesen Großprojekten. Deutschland sollte in zivile Projekte und zivile internationale Zusammenarbeit investieren, anstatt weiter seine Rüstungsausgaben zu erhöhen. Dritte Bemerkung, die ich machen will zum Thema NSA und Edward Snowden. Wir haben auch dieser Tage wieder eine Diskussion darüber innerhalb der Koalition und darüber hinaus, ob Edward Snowden nun vor dem Untersuchungsausschuss aussagen soll oder nicht. Wir bleiben dabei. Edward Snowden ist ein wichtiger Zeuge, vielleicht sogar der wichtigste Zeuge in dieser Affäre. Und deswegen bleiben wir auch dabei, dass er vor dem Untersuchungsausschuss aussagen soll. Er ist bereit dazu. Die rechtlichen Rahmenbedingungen sind für eine solche Aussage gegeben. Das hat der Wissenschaftliche Dienst des Bundestages ja in einem Gutachten bestätigt. Und deswegen werden wir gemeinsam mit den Grünen im Deutschen Bundestag auch weiter Druck machen, dass es zu einer solchen Aussage kommt. Dankeschön.